Der bekannte YouTuber Kolja Barkhorn vom Kanal Aktien mit Kopf, mehr als eine halbe Million Follower, erklärt diesen Followern, dass Deutschland bald die Staatsinsolvenz drohe. Stimmt das? Was ist da dran? Wir schauen es uns an. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video kümmern wir uns abermals um die finanzpolitische Situation in Deutschland. Die Steuerschätzung hat zuletzt ergeben, es gibt für den Gesamtstaat 22 Milliarden Euro weniger als ursprünglich prognostiziert. Davon alleine 11 Milliarden für den Bund. Das Haushaltsloch, was ursprünglich schon auf 25 Milliarden Euro geschätzt wurde, wird jetzt nochmal 11 Milliarden größer. Natürlich gibt es das nur, weil, naja, Deutschland, obwohl ganz viele konservative Institutionen wie OECD, das Arbeitgeberinstitut, IW oder sogar der Internationalen Erwährungsfonds zur Reform der Schuldenbremse raten, Deutschland, die Ampelregierung, insbesondere Lindner und Scholz, weiterhin daran festhalten. Es ist nicht naturgegeben, dass das ein Haushaltsloch ist, dass der Haushalt immer ausgeglichen sein muss. Alles Quatsch, alles konservatives Framing. Kolja Barkhorn vom YouTube-Kanal Aktien mit Kopf hat das Ganze mal bewertet. Es ist relevant, weil es viele Leute hören, hat eine halbe Million Follower, erzählt dort aber ziemlichen Unfug. Das kann ich schon mal vorweg nehmen. Insgesamt ist mein Gefühl, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr Aktien mit Kopf vorher schon kanntet, dass also mit den täglichen Videos, die er macht, die Qualität massiv abnimmt. Er bascht nur noch politische Themen. Vorher gab es da, früher gab es auf dem Kanal, man kann darüber streiten, aber also ernst gemeinte, seriöse Aktienanalysen, das alles findet man dort nicht mehr. Stattdessen springt er von einer Schlagzeile zur nächsten und haut fast in AfD-Manier, und das sieht man auch in den Kommentaren, dass er die damit anspricht, auf die deutsche Politik die Ampel ein. Aber genug der einleitenden Worte, lasst es uns mal anschauen. Also ein Fiasko gibt es bei ihm jeden Tag auf dem YouTube-Kanal und interessant, dass er hier nur die Frauenministerposten nennt, und nicht die Männer, denn die Männer wollen eigentlich ja noch viel mehr. Pistorius 6,6 Milliarden, Hubertus Heil 7,7 Milliarden. Oh nein, stattdessen nur auf die Frauen gegangen. Es droht mutmaßlich sogar eine Staatsinsolvenz. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und wir spulen noch mal ganz kurz zurück. Ihr erinnert euch? Verfassungswidriger Haushalt, da hat das Verfassungsgericht ja reingegrätscht und gesagt, nee, 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 so geht das nicht, mit einfach hier die Corona-Schulden ummelden, und dann in Form eines Sondervermögens, was in Wahrheit natürlich nur neue Schulden sind, einfach für ganz andere Dinge verwenden. Aber so richtig hat sich das ja alles noch nicht durchgesetzt. Also jetzt wirklich von der Erkenntnis. Und jetzt können wir das alles auch einfach auf einen ganz normalen Haushalt irgendwie mal beziehen. Stellt euch vor, dieser Haushalt lebt einfach permanent über seinen Verhältnissen. Das bedeutet, er gibt ständig mehr Geld aus, als Geld reinkommt. Also, man hat ja ein fixes oder relativ fixes Gehalt. Das wäre dann im normalen Haushalt eben der Job oder im Entstaat die Steuereinnahmen. Ja, natürlich schwanken die immer so ein bisschen, je nachdem, wie gut es läuft, wie bei einer normalen Firma. Ja, und jetzt sagt man natürlich, ah, jetzt haushalte ich normal. Also am besten, ich gebe immer ein bisschen weniger aus, als ich einnehme. Das nennt man dann Haushaltsdisziplin. Heutzutage bei vielen von SPD, Links, Grün und so weiter völlig utopisch, dass man sowas dort irgendwie vorfindet. Und deswegen gibt es ja noch die andere Stellschraube, auch genau wie im Privaten, auch beim Staat. Dass man einfach sagt, hey, wenn ich auf Dauer keine Lust habe, immer so diese Haushaltsdisziplin und so weiter einzuhalten, dann kann ich auch einfach Schulden machen. Ja, einfach Schulden machen, Schulden machen, dann kann ich mehr ausgeben, als ich einnehme. Jetzt ist es so, Schulden sind generell nicht immer pauschal schlecht. Wenn ich beispielsweise Schulden machen für einen neuen Computer, den ich irgendwie für die Arbeit einsetzen kann, mit dem ich wieder mehr verdiene, dann macht das Sinn. Jetzt wissen wir leider nur, und das ist das, was häufig nicht berücksichtigt wird, dass eben der Staat kein guter Investor ist, weil er nämlich mit Geld und Schulden aufnimmt und Geld investiert, was die Leute, die dieses Geld investieren, nicht selbst besitzen. Es gehört ihnen nicht. Und das ist ein fundamentales Grundgesetz der freien Wirtschaft, dass Menschen dann gut investieren, wenn sie mit ihrem eigenen Geld investieren, wenn sie wissen, was es bedeutet, dieses Geld verdient zu haben. Ja, also hätte ich die Kopfhörer nicht auf, würdet ihr längst sehen, dass meine Ohren bluten. Erste Grundregel, wer so schreit, hat immer Unrecht, weil dann fehlt es scheinbar an Argumenten. Dieser Vergleich, normaler Haushalt, Staatshaushalt, also sehr alte Nummer, wird aber nicht besser, auch wenn man sie in nerviger Stimmlage herausschreit, ist einfach ein völlig falscher Vergleich. Es gilt die allereinfachste aller Regeln in der Volkswirtschaft. Die Ausgaben des einen sind die Einnahmen des anderen. Wenn der Staat mehr Geld ausgibt, nimmt wer anders mehr Geld ein. Das Gleiche gilt natürlich auch für Neuverschuldung, neue Ersparnisse. Wenn der Staat mehr Geld ausgibt, als er einnimmt, mehr in die Wirtschaft rein, als er rauszieht, dann nimmt die Privatwirtschaft als Ganzes mehr ein, als sie ausgibt. Die Schulden des Staates, die Neuverschuldung des Staates, führt so zu neuen Ersparnissen in der Privatwirtschaft. So, versteht ein Vierjähriger eigentlich. Wenn Kolja meint, alle Akteure in der Volkswirtschaft, Private, Unternehmen und Staat, wären gleich und alle sollten gleichzeitig sparen, macht er einen großen Fehler, denn es ist unmöglich, dass alle gleichzeitig sparen. Wir können aber das Extrembeispiel machen. Alle Akteure versuchen, gleichzeitig ihre Ausgaben auf Null zu setzen. Also von dem, was sie einnehmen, nichts mehr auszugeben. Was passiert? Naja, die Wirtschaft bricht komplett zusammen. Aber es ist eben auch auf der anderen Ebene unlogisch, nämlich die Privaten, die können, jetzt mal eine geschlossene Volkswirtschaft genommen, ist einfacher, ohne Außenhandel. Die Logik bleibt genauso bestehen, wenn man Außenhandel mit dazu nimmt. Und die Privatwirtschaft kann nur sparen, wenn der Staat sich verschuldet. Damit irgendjemand mehr einnehmen kann, als er ausgibt, ein Plus machen kann, muss wer anders Minus machen. Weniger einnehmen, als er ausgibt. Und das lässt sich nun mal nicht verändern. Und in der Krise ist es ja gerade so, die Privaten halten sich zurück, die Unternehmen halten Gelder trocken, weil sie nicht wissen, oh, Unsicherheit, die investieren ungern in der Wirtschaftskrise, die wir nun mal haben. Gerade dort ist es wichtig, dass der Staat mit neuen Schulden frisches Geld reingibt in die Wirtschaft, um sie anzukurbeln, um auch den Sparerwahn, das Zurückhalten der Privatwirtschaft, ob Haushalte oder Unternehmen, zu kompensieren. Und das unterscheidet den Staat ja auch von einem Privathaushalt. Der Staat hat als Aufgabe mit seiner Wirtschaftspolitik die gesamte Konjunktur zu lenken. Einzelne Akteure, einzelne Haushalte, einzelnes Unternehmen nicht, die gucken nur auf ihren eigenen Privathaushalt. Für die kann es rational sein, in der Krise zu sagen, oh, jetzt halte ich Gelder mal zurück, weil vielleicht lohnt sich die Investition nicht, ist zu riskant. Für den Staat als Ganzes, wenn der das dann auch macht, ist das nicht rational, weil er die Konjunkturkrise damit nur verschlimmert. Der Vergleich Privathaushalt zu Staatshaushalt ist also komplett falsch. Der Staat kann das nicht, deswegen geht so viel schief. So, und jetzt ist es so. Aber das ist natürlich das Lieblingsargument von den Liberalen, die man meinen, man gibt sein eigenes Geld ja viel besser und nachhaltiger aus als fremdes Geld, in Anführungszeichen. Und deswegen sollte der Staat möglichst klein sein. Wenn es immer falsch ist, was der Staat macht, wie er hier ja so ein bisschen andeutet, müsste er ja auch für Privatisierung von Feuerwehr, Polizei und sonst was sein. Da wird man sehr schnell merken. Diese stumpfe, liberale Logik kommt in einer komplexen, arbeitsteiligen Volkswirtschaft, wo auch der Staat mit öffentlicher Daseinsvorsorge und öffentlicher Infrastruktur eine riesige Rolle spielt, schnell an ihre Grenzen. Dass jetzt nach und nach mal den Leuten dämmert, oh Backe, ja, all diese ganzen Experimente, die wir machen, all diese ganze Planwirtschaft führt jetzt da... Ja, Planwirtschaft, ganz viel Planwirtschaft ist in Deutschland. Ja, ja, es gibt, alles ist vom Staat gelenkt. Bei einem Restaurant, so ein Friseur kriegt man nur das aufgetischt und die Haare nur so geschnitten, wie der Staat es will. Ganz schlimm, die Planwirtschaft. Die Staatsquote in Deutschland, das ist immer dann, was wir dir an sagen, ist zuletzt gestiegen, von 45 auf 48 Prozent während der Corona-Krise. Aber warum? Naja, weil die Corona-Krise deutlich mehr Ausgaben erfordert hat für Impfstoffe, Kurzarbeiter, Geld, Unternehmenshilfen und gleichzeitig unter dem Bruchstrich die Wirtschaftsleistung abgesagt ist, weil, nu ja, Wirtschaftskrise dank Pandemie, das hat die Staatsquote von 45 auf 48 und 49 Prozent erhöht. Ja, die ist jetzt wieder auf dem Rückzug, weil die Corona-Ausgaben sind nicht mehr notwendig. Nominal wächst die Wirtschaftsleistung. So, wieder zurück auf altem Pfad. Es gibt in Deutschland eine sehr große Privatwirtschaft. Es gibt sogar Teile, die sind privatwirtschaftlich organisiert, wo man eigentlich sagen muss, da wäre Staat viel sinnvoller. Krankenhäuser, Pflegeheime, wie jetzt bei der Bahn, das ist so eine Schein-Privatkonstruktion mit Schienennetz, Stromnetze privatisiert, all das, ja, wo wir mal drüber reden könnten, was wäre eigentlich effizienter und im öffentlichen Interesse und damit auch im Interesse von anderen Unternehmen. Die leiden ja darunter, wenn die Stromnetze beispielsweise nicht ausgebaut sind, nur weil ein Unternehmen es sich gerade nicht leisten kann oder meint, es wäre nicht profitabel, ja, und deswegen Strom teurer ist, als notwendig oder nicht zur Verfügung steht. Also da ist öffentliches Interesse nicht nur, was haben die Bürger für ein Interesse, sondern auch andere Unternehmen für ein Interesse. Oder dass Autobahnen funktionieren, ja, oder dass Güterverkehr auf der Bahn funktioniert, da haben auch Unternehmen ein Interesse dran. Da hängen auch deren Gewinne dran. Dazu, dass wir eben kein Hochsteuerland mehr sind. Also, versteht mich nicht falsch, hohe Steuern für die Bürger zum Zahlen und Unternehmen, jawohl, aber dass die Steuereinnahmen einfach nicht mehr steigen wollen. Und das ist das, was man den Leuten... Die Steuereinnahmen steigen, ja, sogar, nur eben weniger stark, als von den Steuerschätzern prognostiziert. 22 Milliarden weniger. Sie werden trotzdem mehr. Wenn man jetzt mal langsam klar machen muss, ein Staat, eine Regierung, ein Gesetz kann nicht die Höhe der Steuereinnahmen bestimmen, sondern nur die Steuersätze. Die können sagen, wir erheben 20 Prozent Steuern oder 25 Prozent Steuern. Aber die können nicht sagen, wie viel Gewinne dann tatsächlich gemacht wird. Die können nur die Anreize klug setzen. Und das Ergebnis all dieser Planwirtschaft sieht man jetzt. Denn Bund, Länder und Kommunen können im kommenden Jahr mit fast 22 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen rechnen, als noch... Auch geil abgefilmt, ne? ...im Herbst. Angenommen, ja. Einfach mal flott die iPhone-Kamera gedreht und auf den Laptop-Bildschirm gefilmt. Großes Kino. Und insgesamt auf die kommenden Jahre sogar bis zu 80 Euro, 80 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen. Das heißt, nicht nur dürfen die nicht mehr Schulden machen, sondern auch noch das Einkommen des Staates wird sinken, weil eben die Wirtschaft nicht mehr wächst. Das ist eben das, was rauskommt, wenn einfach die Leute, die verantwortlich sind, ein Wirtschaftsbuch bisher immer nur von außen betrachtet haben. Und das große Problem ist jetzt die Konsequenz. Deswegen spricht auch jetzt... Das ist selbstverständlich so. Robert Habeck hat sich natürlich als Wirtschaftsminister oder Christian Lindner als Finanzminister nie, ja, mit Wirtschaftsbüchern auseinandergesetzt. Die reden nicht sehr häufig mit Ökonomen, die haben nicht lauter Berater um sich. Nein, nein, nein. Hätten die nur alle das Wissen von Kohl, ja, dann würde es bergauf gehen im Land. Ja, unter anderem der Finanzminister jetzt schon sogar vor einer drohenden Staatsinsolvenz, könnt ihr hier lesen, ne, man dürfe den Staatsaushalt nicht mit immer mehr Sozialausgaben überlasten, da dies das Vertrauen in den Standort Deutschland weiter erschüttern würde. Staaten, die dies ignorierten, seien über kurz oder lang in schwere Krisen gestürzt bis hin zur Staatsinsolvenz. Da ist ja der Witz, Deutschland ist ja international ein Land mit lächerlich niedriger Schuldenquote. unter den Industriestaaten, die sind fast alle, die G7 alle über 100 Prozent. Wir sind bei 64, ja. Das liegt ja auch daran, dass wir gar nicht so viele Schulden machen müssen, mussten in der Vergangenheit, sagen wir mal so, weil wir so einen Fan-Exportüberschuss hatten. Deutschland hat also das Ausland die Schulden machen lassen. In Japan oder in den USA sieht das anders aus, ja. Da muss der Staat in der Krise, wenn das Land einen großen Importüberschuss hat, also die Privatwirtschaft sich im Ausland auch noch verschuldet, muss der Staat selbst, die Finanzpolitik große Schulden machen, um das zu kompensieren. Das Staatsdefizit der USA während Corona war 15, 12, jetzt 9 Prozent, ja. 9 Prozent Staatsdefizit, das würde für Deutschland 360 Milliarden Euro Neuverschuldung bedeuten. Wir flippen schon bei 17 Milliarden aus. Ja, man kann über Christian Lindner sagen, was man will. Diesen Punkt, den hat er völlig Danke, schön auf dem Fuß gefilmt, aber der Punkt ist natürlich auch kategorisch falsch, denn wenn man glaubt, der Staat wäre ein Privathaushalt, dann Privathaushalte können natürlich pleite gehen. Ein Staat mit einer eigenen souveränen Währung, was der Euro für Deutschland über Umwege ist, kann nicht pleite gehen. Genauso wie die USA nicht pleite gehen kann, weil es ist nicht so, dass der Staat nur das Geld seiner Steuerzahler hätte oder nur davon finanziert wird, denn es ist eigentlich vielmehr so, dass Steuerzahlergeld ein irreführender Begriff ist. Der Staat hat sein eigenes Geld. Steuerzahler können erst in Euro Steuern zahlen, nachdem der Staat Euros erzeugt und ausgegeben hat. Wie im Monopoly-Spiel. Die Monopoly-Spieler können nun mit dem Geld der Monopoly-Bank Zahlungen an die Monopoly-Bank leisten, nachdem die Monopoly-Bank das Geld verteilt hat. Und, ja, am Anfang kriegt jeder Spieler 1500 Euro Startgeld, würde er das nicht bekommen und gleich zu Beginn eine Vierwürfeln auf diesem Feld landen, wo man gleich Steuern zahlen muss, wäre sofort Game Over und diejenige Person Pleite. Niemand im Monopoly-Spiel denkt, dass die Spieler die Bank finanzieren. Das ist völlig klar, die Bank finanziert alles und die Bank kann nicht pleite gehen. Und, naja, genauso gilt es eben auch für einen Staat. Wer von euch sich das mal in Ruhe drauf schaffen will, für den oder diejenige habe ich hier einen Tipp und zwar meinen Online-Kurs MMT für Einsteiger auf der Lernplattform Udemy. In siebeneinhalb Stunden Videomaterial erkläre ich dort das Geldsystem, was ein Staat von einem Privathaushalt unterscheidet, ob Deutschland mit dem Euro in der EU ein souveräner Staat ist oder nicht, woher der Finanzminister sein Geld bekommt, wofür Staatsanleihen da sind, wann Inflation entsteht und wann nicht und, und, und. Alle wichtigen ökonomischen Zusammenhänge verständlich erklärt. Gerade, sehe ich, gibt es das Ganze zum absoluten Bestpreis von 9,99 Euro. Da hat Udemy irgendeine Sonderaktion. Ich kann euch allerdings garantieren, falls die Aktion dann ausgelaufen sein wird, wenn ihr das hier seht und ausprobieren wollt, es gibt unter diesem Video noch einen Gutscheincode, der da lautet Aktien ohne Kopf 2. Es gab schon mal einen Gutscheincode Aktien ohne Kopf 1. Entsprechend jetzt Aktien ohne Kopf 2. Mit dem Gutscheincode, ist auch ein Link direkt dabei, bekommt ihr diesen Kurs für 12,99 Euro. So oder so, also ein fetter Rabatt. Fast 5000 Leute haben diesen Kurs mittlerweile gemacht, mit 4,5 Sternen bewertet. So verkehrt kann das Ganze also nicht sein. Wenn euch das interessiert, checkt das gerne aus. Richtig erkannt, ja, und da hat er nun mal auch einfach recht, wenn er jetzt von Haushaltsdisziplin und so weiter spricht, das, was ja überall im Fernsehen auch und von den anderen Politikern häufig kritisiert wird, ist genau das Richtige, was Herr Lindner hier sagt und fordert, ja. Haushaltsdisziplin, das haben schon in... Ist das Richtige, weil, äh, naja, jetzt kommt irgendein Autoritätsargument, weil das irgendjemand in der Vergangenheit mal gesagt hat und aber auch, weil Kolja so schreit. Ja, wenn es nicht so richtig wäre, würde er ja gar nicht so schreien. 70er Jahren, die Bundesbanker in Deutschland, kann man sich anschauen, ja, bei Milton Friedman und so weiter, in den Talkshows. Friedman war kein Bundesbanker, aber gut. Damals, wo es noch sinnvolle Talkshows gab und so weiter, ja. Früher war alles besser. Und das, was jetzt den Leuten allmählich dämmert, ist das, was Margaret Thatcher damals schon sagte, ja, weil nämlich das Problem mit... Ja, noch so eine alte neoliberale Schreckschraube ausgegraben, um noch ein Autoritätsargument vorzubringen. Bald glauben wir es. Der Realismus ist, dass du irgendwann kein Geld von anderen Leuten mehr hast zum Ausgaben. Von Thatcher kommt auch dieses Zitat, der Staat hat kein eigenes Geld, sondern nur das Geld seiner Steuerzahler. Und das ist natürlich kategorisch falsch, erkläre ich in Detail auch im Udemy-Kurs. Es ist ja andersrum, ja. Steuerzahlergeld ist ein irreführendes Framing. Es ist immer staatliches Geld. Ausgeben, ja. Und das ist genau der Punkt, weil diese Maßnahmen führen eben dazu, dass die Volkswirtschaft und die Volkswirtschaft besteht nun mal schlussendlich aus Menschen, die jeden Tag von morgens bis abends, ob die Wissenschaft oder die Politik das erkennt oder nicht, Entscheidungen treffen für sich, für ihre Familien, für ihre Arbeit, im Sinne von, wo kriege ich Kosten für einen entsprechenden Nutzen? Wo lohnt es sich? Lohnt es sich überhaupt aufzustehen und diese Arbeit zu machen, wenn ich die Hälfte des Jahres sowieso für einen Staat arbeiten muss, der das ganze Geld von meinem Gefühl her und auch von den Zahlen her evident basiert, das Geld einfach irgendwo ausgibt, es quasi so durch die Finger rieselt, ja. Wo sind jetzt die Zahlen, wo ist die Evidenz? Das bedeutet nämlich im Umkehrschluss, weil wir wissen ja alle, Geld entsteht nur dadurch, im Endeffekt, dass eben produktiv gewirtschaftet wird. Am Ende des Tages geht es in der Wirtschaft nicht mal mehr um Geld und um Kredit, das hat alles eigentlich nichts mit Wirtschaft zu tun. Am Ende des Tages geht es immer um knappe Ressourcen, ja, um deinen Schweiß, den du einsetzt bei der Arbeit, ja, um deine Arbeitszeit, um irgendwelche... Ja, es wird Schweiß gegen Brot getauscht, es geht gar nicht um Geld. Wenn es gar nicht um Geld geht, fragt man sich ja, warum wollen die Leute eigentlich so viel Geld akkumulieren? Warum wollen die eigentlich alle reich werden? Warum will eigentlich, sind eigentlich irgendwie Multimillionäre, Milliardäre, werden die eigentlich so abgefeiert und sonst was? Komisch, geht es denn nicht um Geld? Die Dinge, die benutzt werden im Produktionsprozess, um damit etwas herzustellen, was mehr wert ist, als das, was diese Ressourcen im Ursprungszustand einmal waren. Das sind die wahren Basic Economics. Und wenn die Leute merken, das, was ich an Früchten aus meiner Arbeit hervorbringe, kann ich immer weniger selber essen, konsumieren und für mich aufsparen, sondern es wird mit Händen und Füßen getreten, diese Früchte, ja, dann denken die sich irgendwann genau das, was hier der, ja, kleiner Frosch als Kommentar unter diesem einen Artikel hier geschrieben hat und das fand ich so treffend und so toll, dass ich es gerne vorlesen möchte hier im Video. Schon mal überlegt, Herr Lindner, dass viele Deutsche schlicht und einfach keine Lust mehr haben für einen Staat zu arbeiten, welcher konsequent Politik gegen das eigene Volk macht? Warum soll ich meine kostbare Lebenszeit mit Arbeiten verschwenden, um alle Asylanten durchzufüttern, von denen ich dann auch noch belästigt werde, für eine völlig absurde Entwicklungspolitik, während das eigene Land in naher Zukunft selbst wie ein Entwicklungsland aussieht, für Steuerverschwendungen, für einen viel zu großen Bundestag und so weiter? Nein, meine Lebenszeit ist mir viel zu kostbar dafür, schon bedenklich, das eigene Volk nur als Geldbeschaffer anzusehen und nicht als Menschen. Und Aktienrente, wenn die Börse crasht, sind die Aktien nichts mehr wert. Dann gibt es keine Rente mehr. Ja, dieser... Tja, was für ein ekelhafter Kommentar, wie ahnungslos, angehetzt eben von solchen Videos, wie von Aktien ohne Kopf. Kommentar, dem kann man nur zustimmen. Bis natürlich auf den letzten Satz. Bis auf den letzten Satz, aber dieser Satz, ja, wofür arbeiten? Um alle Asylanten durchzufüttern, von denen ich dann auch belästigt werde. Da stimmt Kolja zu, ja. Es ist wirklich bodenlos, aber es verwundert auch nicht, dass er, muss nur in die Kommentare gucken, was für Leute sich unter seinen Videos befinden und welche Kommentare da hochgerankt werden. Alle Politiker müssen auch haften und haftbar gemacht werden. AfD ist die einzige Möglichkeit. Politiker, die es so hart vergeigen, sollten Konsequenzen erfahren. Davor hat Frau Dr. Weidel bereits vor drei Jahren gewarnt. AfD, Alice für Deutschland, ja. Alice Weidel sollte unsere Finanzministerin werden, die versteht wenigstens was davon. Also, rechtes Gesocks, ja, AfD, rechtes AfD-Gesocks, was sich darunter sammelt, denen er einfach mit seinen Nonsens-Argumenten Futter gibt, um sich aufzuregen und zwar jeden Tag aufs Neue mit seriöser Information hat das nichts mehr 0,0 zu tun. Es ist reine Hetze, dazu wirklich informativ und inhaltlich komplett schwach, absolute Niete. Schade, was aus einst informativen YouTube-Kanälen, auch wenn er politisch natürlich sonst immer schon früher so FDP-Linie war, würde ich sagen, als eben Aktien-Youtuber jetzt abgedriftet ist zur AfD, was aus denen so wird. Kennt ihr noch die alten Videos von Kolja? Wie beurteilt ihr diese Entwicklung? Was sagt ihr zu dem Video? Lasst uns gerne in den Kommentaren diskutieren. Ansonsten möchte ich euch darauf hinweisen, wenn ihr vernünftig und logisch was über Wirtschaftspolitik lernen wollt, nicht Gefühle, nicht Schreien, sondern vernünftig erklärt, der MMT für Einsteiger Kurs auf der Lernplattform Udemy Aktien ohne Kopf 2 ist der Gutscheincode, checkt das aus, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Haltet die Ohren steif, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, es war wirklich fürchterlich. Ich habe hier diesen jetzt kotzen. Macht's gut, ciao.